In Deutschland werden in diesem Jahre die Beeren der süßen Eberesche geerntet. Sie enthält mehr C-Vitamine und einen höheren Säuregehalt als die Zitrone. In einer Süßmostfabrik wird die Zitrone des Nordens bearbeitet. Nach der Säuberung kommt das Ebereschenmehlgut in die Presse. Zwei Hände voll Ebereschen enthalten den Saft von sieben Zitronen.